Hallihallo und herzlich willkommen zu Part 2 von Battlefield Heroes! Heute wieder alleine leider, weil es mein Kumpel nicht hinbekommt, mir in Skype zurückzuschreiben. Naja, allein macht es doch auch mehr Spaß. Nein, tut es nicht, ich weiß, aber... Naja, es wird schon noch ein paar Parts kommen, wo er dabei ist. Und ja, jetzt wird hier richtig gezockt. Heute werde ich viele Parts aufnehmen. Sehr viele. Und ja, wünsche ich euch mal viel Spaß beim Gucken. Juppala. Stamm. Da kommt sein Kumpel und der killt uns, weil wir nachladen müssten. Gibt es hier keinen Cheap? Nein. Naja. So. Heute kommt auch noch ein kleines Infovideo. Immer schön auf meinen Kanal gucken. Ja. Ähm. Ich danke Jimpanzer, dass er mich abonniert hat. Vielleicht kennt ihr ihn, vielleicht schaut ihr ihn. Er hat mich abonniert, das finde ich klasse. Ohne, dass ich ihm irgendwas geschrieben habe, dass er mich abonnieren soll oder sowas. Er hat mich einfach abonniert. Ich finde das spitze. Also. Ja, meine Gosche ist richtig weit auf. Also mein Mund war richtig weit offen, wo ich gesehen habe, dass er mich abonniert hat. Hallo. Auch wenn ich nur acht Abonnenten habe, das ist besser als gar nichts. Und hier werden wir wieder von irgendeiner Seite gekillt. Ah, wieder so ein scheiß Noob. So ein Sniper-Bohn. Na. Ich kriege die Kombination noch nicht hin. Tut mir leid, Leute. Reden und zocken, das kriege ich noch nicht so gut hin. Vor allem, ja. Weil es auf YouTube gestellt wird. Das war schon mal ein sehr kurzes Spiel. Weil diesmal bleibe ich dran. Wird so 30 Minuten oder so, schätze ich mal, gehen. Ich zocke einfach so ein bisschen. Oh, ne, ne. Lieber nicht. So. Drei Minuten drin gewesen und schon voll abgekackt. Naja. Ich überlege gerade, ob ich mit meinem Sniper kommen soll. Aber dann stürzt mein Battlefield Heroes immer ab, wenn ich mit Fraps ein Spiel suche. Deswegen nicht wundern, wenn ich immer gleich im Spiel bin. Außerdem ist das auch viel besser für euch, schätze ich mal. Anstatt sie mal zu warten. Oh, und übrigens, das ist mein Lieblings-Map. Küstenkampf. Ja, steig doch ein. Meine Fresse. Ich will nicht angeben, war das so. Aber ich finde, ich bin voll gut im Jeep. Scheiße. Okay, das war wieder gleich mal gefailt. Weil ich die überholen wollte. Naja, wir fahren immer hier dahin. Und. Gut. In Deckung gehen. Sehr gut, sehr gut. Wir haben ja auch ein gutes Team. Obala. Und schon einen gekillt. LOL. Gutes Team, muss man schon sagen. Das ist klasse gewesen gerade. Ich höre wieder ein Auto. Und immer diese hässlichen Scheiß-Sniper mit ihren Daily-Claw-Waffen. Die nerven einfach nur. Entschuldigung, Kyle, wenn du das siehst. Aber es nervt einfach nur mit euren Daily-Claw. Also, als mich nervt das schon gewaltig. Ja, wenigstens ist es so, einer, der keine hässlichen Emotes dann macht. So wie Winken oder sowas. Nur weil er eine Daily-Claw-Waffe hat. Hier steckt wieder ein. Wir fahren wieder die gleiche Strecke. Ja, hallo. Und hier. Bam! Erwischt. Weg hier, weg hier, weg hier. Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Bam! Scheiße. Das wär's ja gewesen, ey. Na ja. Drei Leute schon gekillt. Ach, du bist so dumm, Alter. Captain, hau drauf. Okay. Okay. Okay, okay. Ich hätte hier mal ein paar. Keine Ahnung, ich hab ein bisschen. Woher soll ich das wissen? Okay. Gut, ich bin drin, ich bin drin. Ich dachte schon, der fährt uns um. Was macht denn der jetzt? Weiß mal. Gut. Ja, komm, Alter. Lass dich doch stehen. Ich bin immer noch drin. Ich denke. Naja. Idioten gibt's immer. Bei jedem Spiel. Oh, der nervt mich jetzt einfach nur. Oh, der Granate rüberwerfen vielleicht. Oh, oh, oh. Da kommt schon mein Gegner. Oh, oh, oh. Ich hab da was gesehen. Ich hab da was gesehen. Da ist jemand, da ist jemand. Bei Kill Geholt bin. Holab. Immer hier wichtig, wenn einer mit dem Auto in den Weg kommen will, kommt er hier nicht durch. Oder er sollte nicht durchkommen. Natürlich gibt's auch ein paar, die dann das Auto nehmen und dann wegfahren, aber ich mach das immer wieder gerne so eine kleine Straßensperre. Oh, da oben kämpft schon. Oder der ist AFK. Ja, der ist AFK. Und hier gehen wir lieber weg. Hä, von wo denn? Oh, da. Hab ich gar nicht gemerkt. Naja. Oh, schon wieder so ein Daily Clown Loop. Genau, wegen der Grafik, wollte ich euch nochmal sagen. Bald hole ich mir Sony Vegas Pro. 10 Parts oder so dauert es jetzt noch. Musste mit der Grafik hier auskommen. Aber ich glaube, das reicht auch so ziemlich. Tja. Komm, Power. Oh. Jetzt fahren wir mal. Oh, da. Gucken wir mal hier hin. Mal gucken. Weil hier sind immer welche. Nummer weiße. Ja, genau. Ach, schade. Zeit ist dumm und Let's Play Part 2 ist dumm. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Vielen Dank.